Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zum Nachbericht des Spiels, KSV FC gegen den SC Palaborn, entstand 2 zu 4 für Palaborn, in der ersten Hälfte präsentierte sich der KSC Dieselart, und man war überhaupt mit dem Spiel, dementsprechend stand es zur Pause 0 zu 4, durch die Tore von Distabin und 3x von Michel, in der zweiten Hälfte, auch durch die Einwechslungen, zeigte der KSC zumindest moral, und kämpften sich Tore von Fabian Schleusner und Philipp Hoffmann nochmal zum 2 zu 4 heran, letztendlich blieb es aber beim 2 zu 4 für den SC Palaborn, die zweite Hälfte war zumindest vom Einsatz her in Ordnung, die erste Hälfte dreht einfach die Silat, deshalb geht das Spiel völlig in Ordnung für den SC Palaborn. Hoffen wir mal, dass der KSC aus der ersten Halbzeit lernen wird, und das nächste Mal gleich von Beginn an besser machen wird. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und Zuhören, und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und Zuhören, und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und Zuhören,